Hallo Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag. Ich warte auf den Lastwagen. Er bringt meine neuen Möbel. Na endlich, da ist ja der Lastwagen. Los, lasst uns meine neuen Möbel abräumen. Mein neuer Teppich ist so schön und so weich. Und das ist mein neuer Tisch. Der passt richtig gut zu meinem neuen Teppich. Und zwei tolle Stühle. Und jetzt noch mein Kleiderschrank. Ist das alles? Da müsste doch noch mehr sein. Oh, der Lastwagen ist leer. Wo wohl meine anderen Möbel sind? Hallo Freunde. Hallo Barbie. Barbie sieht so traurig aus. Was hast du denn? Hallo Nicole. Ja, ich bin wirklich traurig. Denn der Lastwagen hat nicht alle meine Möbel gebracht. Es fehlt noch so viel. Ich muss mal nachschauen. Oh, Barbie hat recht. Es sind keine Möbel mehr im Lastwagen. Ich habe eine Idee. Laster, kannst du mal eine Wunderbox bringen? Wir können ja mal nachschauen. Vielleicht sind Barbies Möbel dort drin. Prima, hier ist es ja meine Wunderbox. Dankeschön Laster. So, mal sehen, ob wir für Barbie etwas in der Wunderbox finden. Was haben wir denn hier? Wow. Das ist Barbies Waschmaschine. Der Trockner. Und hier hat es sogar ein Bügelbrett. Oh, prima. Mal sehen, wo kommt das hin? Ich glaube, hier ist ein guter Platz dafür. Ja, genau. Mal sehen, was noch in der Wunderbox ist. Oh, ein Feuerwehrauto. Hallo. Ist hier irgendwo ein Feuer? Ich bin gekommen, um ein Feuer zu löschen. Ein Feuer? Nein, hier hat es kein Feuer. Es brennt zum Glück nicht. Das heißt, das Feuerwehrauto kann wieder weiterfahren. Lass uns unser Glück noch mal versuchen. Wow, das ist Barbies Badewanne. Ich liebe meine Badewanne. Und wenn ich fertig bin, kann ich auch gleich ein Bad nehmen. Und weiter geht's. Oh, das ist die Biene Maya. Maya, was machst du denn in der Wunderbox? Ich suche Willi. Habt ihr irgendwo Willi gesehen? Maya, schau doch mal im Garten nach. Ich bin sicher, er spielt dort zwischen den schönen Blumen. Du hast recht, Barbie. Ich fliege gleich mal los. Ich hoffe, ich finde dieses Mal eines von Barbies Möbelstücken. Ah, prima. Hier ist Barbies Waschbecken. Ich bin gespannt, was ich dieses Mal in der Wunderbox finde. Oh, eine Erdbeere. Nicole, die Erdbeere kommt in den Kühlschrank. Heute Abend mache ich einen leckeren Erdbeerkuchen. Ich liebe Erdbeeren. Ich hoffe, ich bekomme auch ein Stück von Barbies Kuchen. Wir haben Barbies Toilette gefunden. Mal sehen, was noch in der Wunderbox ist. Hört ihr das? Oh, so ein schöner Teppich. Ich liebe die Farbe Blau. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Schaut mal. Das gehört alles noch in mein Badezimmer. Jetzt räume ich gleich alles ein. Mal sehen. Das ist Barbies Badehaube. Die können wir hier hinhängen. Wir sehen. Das Internet. Das ist Barbies Badehaube. Das ist So, Barbies Badezimmer ist fertig. Barbie, fehlt sonst noch irgendwas? Mal sehen. Scheint alles da zu sein. Dankeschön, Nicole. Ich finde Barbies neues Haus richtig toll. Barbie, los mach den Erdbeerkuchen. Ich komme bald zu Besuch. Hat dir unser Video gefallen? Dann abonniere Spaß für Kinder und schau dir auch unsere anderen Videos an. Tschüss.